alle freunde herzlich willkommen zurück zu mass effect 2 wir haben im letzten part die reaper die reaper haben auch gesehen wir haben die kollektoren besiegt die basis hochgejagt und jetzt machen wir uns am letzten dlc der sehr extrem wichtig dass es wahnsinnig dass der das ist ein dlc ist das gehört eigentlich als pflichtprogramm hier dazu das machte mich messeffekt 3 am anfang überhaupt keinen sinn okay erfährt man halt nicht was passiert ist jetzt erfährt wir werden hier auch alleine zurecht kommen so sie 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 und Wir wurden entdeckt. Varen, die Batteriener schicken hier den Gefangenen bestimmt nur zum Sterben herunter. Ich muss Dr. Canson rasch finden. Varen. Varen. Ganz schön runtergekommen, selbst für ein Gefängnis. So nicht, Kumpel. Da hören wir sie ja, Schad. Okay. Oh ne, wir können die Falschrift. Da sieht man gar nix mehr. Ouch. Sollen wir das machen? Ah ja! Da sollen wir vermutlich nicht hin, oder? Nö. Baterianer. Ja gut, die Baterianer kriegen hier fett weg. Baterianer. Jetzt können wir nicht gleich da rein. Mann, das ist auch ein Mensch. Vorurte Helle gegen Menschen haben wir uns hier einsetzt, ne? Das Wachen. Dann hat er so viele Wege und keine Ahnung, wo man hin muss. Okay, dann müssen wir rein. Dann schauen wir, was wir jetzt mal dort noch. Da können wir auch rein, okay. Okay, das sind nur Gebäude hier. Wo wir Zwischensequenzen, das ist ja mal wichtig, ne? Okay, dann geht's auch wieder da her. Dann müssen wir wieder hier. Hier geht's weiter, genau. Okay. Oh, das hat nicht viel gebracht. Das schon! Aber die verwenden doch selber Menschen hier als Wächter. Der Kraft der Heide! Und der Kraft der Heide! Die Leine! Der Scheibe! Niemand steigt aus. Oder die Ruf der Karte. Eine Ruf der Karte. Und was genau tun wir hier? Achso, dass wir uns das hier rausholen, oder wie? Ah. Wir sollen wohl hier runter, oder? Das Abhören der COM-Wagen zahlt sich aus. Wir haben eine Nachricht an die Allianz abgefangen, die von irgendwo im Asteroidengürtel kam. Wir haben mitgehört, bis wir erfuhren, dass ein Mensch namens Kenzen Maschinenteile und Lenksysteme von Omega in unser System schmuggelt. Wir haben Kenzen-Schiff abgefangen und Sie haben Ihre Leute in Gewahrsam genommen. Das ver- Die Allianz haben scheinbar nicht angehört. Wenn Sie nicht reden. Ich... Ich frage Sie noch mal. Die Menschen sagen uns immer noch nicht, wohin. Sie verschwenden Zeit. Die Reaper kommen! Die Reaper kommen hierher. Zu diesem Portal. Mit jeder Sekunde, die Sie mich festhalten, kommen Sie näher. Soll ich Sie also einfach das Portal zerstören lassen? Und damit das System. Machen Sie mit mir, was Sie wollen, Batarianer. Aber mich zu foltern, rettet Sie nicht. Das ist kein Batarianer. Aber es analysiert mich. Das sind doch Menschen. Batarianer haben vier Augen und die haben nur zwei. Was ist das für ein Bullshit? Wer sind Sie? Was machen Sie da? Dr. Canson, ich bin Commander Shepard. Ich bin hier, um Sie rauszuholen. Commander Shepard? Ich habe gehört, dass Sie leben. Hackett muss meine Nachricht erhalten haben. Wir sind hier nicht sicher. Können Sie gehen? Mir geht es gut. Geben Sie mir eine Minute. Wir müssen los. Jetzt. Wenn wir eine Konsole finden, hacke ich das Sicherheitssystem und schaffe uns einen Fluchtweg. Dann sollten wir eine suchen. Los. Bereit. Die Haftümer wird es nicht drauf. Okay, sie hat nur diese Pistole. Aber sie kann verbrennen und überlasten. Das ist schon mal gut. Das ist ein Zähler. Hier irgendwo muss eine Sicherheitskursone sein. Zubank ist beschränkt. Geben Sie den Automatisierungsmodal ein. Zubank ist beschränkt. Oh man, das ist großartig. Das ist großartig. Surge частig. irt. Oh, oh, oh! Beat es aus, Gott. Ja! Das ist so gut. Was ist da hier? Was ist da oder was? Sie wissen, dass wir hier sind. Beschäftigen Sie sie, während ich uns einen Ausweg freihecke. Alles klar. Wir müssen die Tür schließen, durch die wir reingekommen sind. Damit Sie draußen bleiben. Sie kommen durch die hintere Tür. Verriegeln! Wo soll ich eine Tür verriegeln? Wir müssen die Tür schließen, durch die wir reingekommen sind, damit Sie draußen bleiben. Aufhalten! Sie kommen von unten rauf! Andere Seite! Los! Los! Los geht's! Uh oh. 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 Komm her. Ja. Ja, alle Tür zum Handeln. Ich brauche noch mehr Zeit. Oh oh. Oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Was? Okay, das heißt, während du getarnt bist, regulieren sich weder deine Schilde noch deine Gesundheit. Gut zu wissen. Diese Tarnfähigkeit ist absolute Schrott. Werde ich nicht mehr einsetzen. Ich weigere mich, das Ding einzusetzen. Vor allem, weil wir jetzt wieder von vorne anfangen. Beschäftigen Sie sie, während ich uns einen Ausweg frei herkenne. Einsatzteam zum Ziel, blau, super. Jetzt können wir wieder von vorne anfangen. So. Ciao. Hey, mach das Ding zu. Mach das Ding nicht zu. Musst erst alle töten, um das zumachen zu können. Wir müssen die Tüte schießen, durch die wir... Sie kommen von unten rauf. Sie kommen durch die andere Seite. Los! Ja, 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 bin ja schon da. Ja, entdeckung man. Bleib, bleib, bleib. Der Regler anhebt nur zum hangen. Ich brauche noch mehr Zeit. Ich brauche noch mehr Zeit. Ich brauche ihr Verfolgungsnetzfrag im Orbit runter. Achten Sie auf die andere Seite. Weitere Feinde in den Aufzügen. Los! Los! Ich suche, EMO. Komm doch, komm doch. Das war's, los geht's! Na dann los, kommst du? Komm schon! Oh, eins noch! Die Hangar-Türen sind verriegelt. Die müssen wir auf die altmodische Art öffnen. Überlassen Sie das mir! Das war's. Das war's. Das war's. Jetzt fällt dir auf! Komm, okay. Komm, komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Komm! Komm, komm! 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 Spiel auf! Ja, brennen sollten wir. Fuck. Deaktiviere Systeme! Los! Nichts hier weg hier. Oh, keine Sorge, wir sind hier noch nicht fertig. Los! Los! Los mit Triebwerk Vollgas! Sehr wohl! Fuck ich's mal! So sieht's nämlich aus. Aktiviere Autopilot. Wir müssten längst aus ihrer Reichweite sein, wenn ihr Sicherheitssystem wieder online ist. Verdammten Batarianer. Sie glauben, die werden sie verfolgen? Ich gehe kein Risiko ein. Batarianer mögen keine Menschen, die ihre Massenportale zerstören wollen. Dann sind die Vorwürfe gegen sie also wahr. Nun, um ehrlich zu sein, ist das nur die halbe Geschichte. Meine Leute und ich wollten Gerüchten auf den Grund gehen, dass im Außenbereich dieses Systems Reaper-Technologie zu finden sei. Ich nehme an, sie haben etwas gefunden. Wir haben einen Beweis gefunden, dass die Reaper in diesem System ankommen werden. Und dann werden sie sein Massenportal benutzen, um durch die Galaxie zu reisen. Wir nennen es das Alpha-Portal. Von hier aus können die Reaper überall in der Galaxie einfallen. Also haben sie beschlossen, es zu zerstören? Genau. Das würde die Reaper-Invasion verhindern. Selbst mit ULG würde es Monate oder Jahre dauern, bis sie das nächste Portal erreichen. Wir haben etwas geplant, das wir nun das Projekt nennen. Wir wollen einen Asteroiden, der in der Nähe liegt, in das Portal lenken und es zerstören. Bevor die Reaper hier sind. Die Explosion würde natürlich mit großer Wahrscheinlichkeit das gesamte System vernichten. Warum glauben Sie, dass eine Zerstörung des Massenportals das gesamte System vernichten würde? Massenportale sind die stärksten Masseneffekt-Maschinen in der bekannten Galaxie. Die Energie, die bei der Zerstörung eines Portals frei wird, entspricht vermutlich einer Supernova. Dieses System ist zwar abgelegen, aber in der Kolonie, wo wir festgehalten wurden, leben knapp über 300.000 Batterianer. Die Explosion würde sie ohne Zweifel ausnahmslos töten. Wie wollten Sie denn einen Asteroiden in ein Massenportal lenken? Um einen Asteroiden zu bewegen, braucht man nur Schub und ein Lenksystem. Und beides ist in den Bergungslagern von Omega erhältlich. Mit genügend Energie und der richtigen VI zur Steuerung, muss man nur noch zählen und abdrücken. Ich dachte immer, Massenportale seien unzerstörbar. Das habe ich aufgedacht. Nichts ist unzerstörbar. Aber vermutlich nur, weil niemand herausfinden will, was geschieht, wenn es tatsächlich dazu kommt. Und, naja, wir hatten vor, einen kleinen Planeten mit hoher Geschwindigkeit in das Ding zu jagen. Unseren Berechnungen zufolge müsste das mehr als ausreichen. Ist das Projekt noch einsatzfähig? Ich, ich denke schon. Wir standen einen Knopfdruck vor dem Auslösen, als die Batterianer mich verhaftet haben. Wie wurden Sie verhaftet? Wir haben Raumschiffteile von Omega eingeschmuggelt. Triebwerke, Lenksysteme, einen E-Zero-Kern vom Zubehörmarkt. Den Batterianern kam das verdächtig vor. Vor einigen Tagen unternahm ich mit ein paar Männern einen Spähflug. Und die Batterianer haben sich auf uns gestürzt. Unsere tatsächliche Basis haben sie nie gefunden. Nein, mach hin. Ich verstehe immer noch nicht, wie Sie von dieser angeblichen Invasion erfahren haben. Der Beweis stammt von dem Reaper-Artefakt, das wir bei den Asteroiden in der Nähe des Portals gefunden und Objekt Rho genannt haben. Wenn wir zurück in der Arcturus-Station sind, erkläre ich alles und gebe Ihnen Kopien von all unseren Notizen über das Artefakt. Was macht ein Reaper-Artefakt auf einem Asteroiden? Wir wissen es nicht. Sein Zweck ist uns unbekannt. Manches ist einfach zu alt oder zu groß, um es zu begreifen. Selbst ein Reaper, der seit Jahrtausenden tot ist, enthält noch Energie. Ihre Artefakte müssen studiert werden, ungeachtet ihres Zwecks. Weshalb genau stellt das Reaper-Artefakt einen Beweis für eine bevorstehende Invasion dar? Es hat mir Visionen von der Ankunft der Reaper gezeigt. Ungefähr so wie ihr proteanischer Sender, vermute ich. Die Reaper kommen, Commander. Da bin ich mir ganz sicher. Wenn Sie in der Nähe eines Reaper-Artefakts arbeiten, wieso wurden Sie da nicht indoktriniert? Wir waren extrem vorsichtig. Wir wissen, womit wir es zu tun haben. Sie reden hier nicht mit einem Kind, Shepard. Ich habe gesehen, was die Sovereign auf der Citadel angerichtet hat. Glauben Sie mir, ich weiß, was auf dem Spiel steht. Gut, Freunde. Das hätten wir jetzt nicht mal so weit geschafft. An den nächsten Part machen wir dann weiter. Das ist eh schon ziemlich lang. Ich bedanke mich für's Zuschauen und sage, bis zum nächsten Mal. Ciao. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR